Hey Leute und willkommen zu meinem neuen Video und wie man sieht, ich bin nicht zu Hause. Ich bin bei Sebastian und das ist ein Vlog, wie ich versprochen habe. Der Vlog über Silvester. Ich verbringe Silvester bei Sebastians Familie so wie letztes Jahr. Auf jeden Fall fahren wir jetzt gleich zu seinen Großeltern. Da ist so ein Kaffeetrinken, so ein Berliner Essen. Und ja, ich glaube danach wird dann auch eigentlich schon gegrillt. Und das freut mich natürlich super, wenn ich so gerne grille. Aber ja, und dann fahren wir zu Sebastians Onkel, weil wir da dann Silvester feiern. Ich muss mich jetzt gleich noch umziehen und Haare kämen und alles, weil das ist noch eine ordentliche Katastrophe. Und dann fahren wir glaube ich, oh, wir wollen jetzt gleich los. Ich wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß bei diesem Vlog. Und ich hoffe, ich gucke nicht zu oft in diesen Bildschirm da rein, wo ich jetzt gerade reingucke, weil der halt direkt über der Linse ist und ich sehe mich so im Augenwinkel. Und generell, ich komme einfach noch gar nicht mit dieser Kamera klar. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr Silvester verbracht habt. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich irgendwann im nächsten Clip wieder. Kredit-Effekt. Warte, 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 warte. Jetzt muss ich schon filmen. Tüter. Ich glaube, das war eine Rohrkripp hier. Dürfte reichen. Okay. Sieht aus wie ein Elefant. Sieht aus wie ein Schaf. Eine Schildkröte. Eine Schildkröte? Wir wählen uns mal wieder. Und ja, wir sehen etwas anders aus als normal. Und zwar, das kommt daher, weil das Ganze eine Motto-Party ist. Und das Motto ist Bad Taste. Deshalb sehen wir folgendermaßen aus. Wir können auch nochmal. Und dann kommen wir weiter zurück. Ich hoffe, der Fokus funktioniert jetzt immer. Und dann geht es jetzt gleich los. Jo. Ja, ja, komm, wir haben. Ich wollte noch einmal ganz kurz zeigen, was wir so alles im Feuerwerk haben. Und das ist so das, was Sebastian sich gekauft hat. Und hier ist noch so ein bisschen was anderes. Und er ist auch voll mit Feuerwerk. Unter dem Baum. Na ja, okay. Na ja, stimmt. Da haben wir jetzt gar nichts mehr nachgedacht. Ich weiß nicht, ob wir noch mal zurückgeben. Ich kann manchmal zurückgeben. Ah! Gehe drauf. Ich weiß nicht. Geile Dinger. Ich war leicht verheirat. Ich bin hier kein Alä. Der, wie wir euch dann können... Das war mal der Fehlzündung! Drei, zwei, eins, groß Neues! Frohes 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 Neues! Wie man sieht, wir sind jetzt wieder bei Sebastian zu Hause und ich bin auch schon nachtfertig und abgeschminkt und ich bin so müde Ich bin so müde Wir haben es jetzt 2 Uhr Ich werde jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen am Handy sein und dann einfach direkt einschlafen weil ich halt wirklich echt müde bin Guten Morgen, wir sind jetzt wieder wach und sind im Aufstehzustand Ich bin noch nicht aufgestanden aber Sebastian ist sogar schon fertig und gleich gibt es Frühstück Auf jeden Fall haben wir richtig schön lange ausgeschlafen Wir haben bis 20 nach 12 geschlafen und das hat einfach richtig gut getan So kann man das neue Jahr auf jeden Fall starten und mal gucken, was der Tag noch so mit sich bringt Ich weiß es nämlich nicht so genau Irgendwann fahren wir noch zu mir und Sebastian und John müssen natürlich noch Bella in die Luft jagen und alles Wir sitzen jetzt im Auto und fahren zu mir nach Hause und Sebastian ist am Driven und die Sonne scheint gerade irgendwie voll krass Ich möchte ja eigentlich immer noch Schnee haben aber irgendwie Von Sebastian und noch von John verballern jetzt natürlich den Rest an Feuerwerk, den wir noch haben und das meiste sind einfach nur so große Bums und So Ich bin jetzt wieder ganz zu Hause im Warmen Die Jungs sind glaube ich noch ein bisschen rumballern beziehungsweise kommen jetzt wieder Auf jeden Fall passiert jetzt heute nichts mehr Spannendes und deshalb werde ich dieses Video jetzt beenden und ich wünsche euch für das Jahr 2019 ganz viel Glück, Gesundheit und alles, alles Gute Ich hoffe es wird ein gutes Jahr für euch Ich wünsche euch an alle ein wundervolles, gutes, neues Jahr und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder und ja, bis dann! Tschüss!